Druckerei Hennig in Markkleeberg, das ist Kompetenz im farbigen Werbedruck. Seit über 100 Jahren, seit 1888, entstehen hier Druckerzeugnisse wie Kunstdrucke, Werbemittel und Bücher. Geschäftsformulare, Kataloge, Broschüren, Flyer. Das Leistungsspektrum der Druckerei ist vielfältig und hochwertig. Die Druckerei Hennig fertigt für Agenturen, Verlage und die Industrie. Sie liefert binnen einer Woche, zügig, professionell, hochwertig. Die Druckerei Hennig druckt als eines der wenigen Unternehmen der Region bis zum Format von 72 mal 103 Zentimeter. Ein Service, den vor allem Gewerbekunden schätzen. Seit 1993 führt Michael Hennig die Geschäfte seines Vaters mit 13 Mitarbeitern. Seine Vision, auch künftig von fachgerechter Beratung bis zu leistungsstarken Produkten alles aus einer Hand zu bieten. Für zufriedene Kunden. Druckerei Hennig. Außer Geld drucken wir fast alles.